Ich melde mich jetzt zum zweiten und auch letzten Mal vor dem richtigen Comeback dieses Kanals. Ich habe soeben letzte Nacht meine Zelda Theotica Challenge nach fast einem ganzen Jahr endlich geschafft. Es gab bestimmte Ereignisse, die dafür sorgten, dass dies etwas länger dauerte als geplant. Ihr werdet von diesen Gründen später im richtigen Video erfahren. Jetzt werde ich in den nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten, an diesem Video arbeiten und es wird bei weitem mein grösstes und aufwendigstes Videoprojekt aller Zeiten. Ihr müsst euch noch etwas gedulden, aber das Warten lohnt sich. Denn ich behaupte, das wird mit Abstand die härteste Zelda Theotica Challenge auf ganz YouTube. Mehr will ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten. So, das war es auch schon mit diesem kurzen Update Video. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis dann.